Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen beim ersten digitalen Konzert der Stadtkapelle Fellbach. Kultur führt daheim. So heißt das Projekt des Kulturamts der Stadt Fellbach, das die kulturelle Versorgung in Fellbach auch in Zeiten von Corona sichern soll. Sehr gerne beteiligen auch wir uns bei diesem Projekt und machen das, was wir am besten können. Musik. Mit freundlicher Unterstützung von Haller Haustechnik präsentieren wir Ihnen ein buntes Programm, das wir unter das Motto gestellt haben, es lebe die Musik. Und genau so heißt auch unser erstes Stück. Gute Unterhaltung mit der Stadtkapelle Fellbach und der Konzert-Overtüre Viva Musica. Musik. 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 Musik 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 Es ging ein Jäger durch den Forst, ist ein Bravourstück für zwei Trompeten. Unsere beiden Solisten, Steffen Ehrenmann und Frank Berger, gehen auf dem Kappelberg ein bisschen auf die Pirsch. Zu zweit ist das gerade ja noch erlaubt. Was den beiden da so alles passiert, wem sie begegnen und vor wem sie da am Ende davonlaufen, wir überlassen es ihrer Fantasie. Musik 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 Nach diesem kurzen Sprint durch den Fellbacher Forst müssen sich unsere beiden Trompeten erstmal etwas ausruhen. Dafür macht sich unser nächster Solist schon bereit, Thorsten Halder. Nach dem Bravourstück für zwei Trompeten kommt nun ein Bravourstück für Zenorhorn, die Kotzlova-Polka. Gute Unterhaltung. Musik 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 Zum Schluss unseres kleinen digitalen Konzertes präsentieren wir Ihnen einen Klassiker aus einer Zeit, da gab es noch kein Internet, kein Fernsehen und kein Radio, ja selbst das Telefon steckte noch in den Kinderschuhen. Im November 1894 komponierte Gustav Peter das Stück Souvenir de Cirque Renz, zu Deutsch Erinnerungen an Circus Renz. Das 1842 gegründete Zirkusunternehmen Circus Renz musste schon vor über 100 Jahren den Betrieb einstellen. Doch die Erinnerungen leben weiter. Und unser Solist Markus Mayer am Xylophon erweckt sie zum Leben. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020